Das war ein Cyberangriff und wie gesagt, ich sehe, dass jemand im Teletext arbeitet, der genauso mit Strom, mit Haken, das weitermacht. Altersverlauf und 60 plus Telegymnastik wird auch richtig hier mit Namen mit geredet, gell? Und ist schwer verletzt mit diesem Reihenblasen hier drinnen. Achso, die Partei, welche aus euch, hat mir keine Partei geholfen. Opposition oder die an der Regierung sind. Und wir zeigen es ihnen, wo es reingeht, sagte mir einer richtig direkt, es war mein Auftritt bei Simply Red. Es reimt sich sogar, gell? Weil es wird einfach verredet. Genau, mein Gehalt und meines Erbens, wenn sie dann so hergerichtet sind wie ihre Mutter, hat wer gesagt? Ich verzeihe, das ist nicht, das war mein Auftritt. Aber die Chemie so mit Uschi Gessler, das Instrumentarium ist sehr breit gefächert, schon bei den Zahnmedizinern und hier auch. Silvia Kern. Der Name wurde verschoben bei RTA. Es gibt Möglichkeiten, jemanden zum Sprechen zu bewegen. Da schickt man ein Schreiben los, dann wird der Herr Schreiber gezeigt. Ich kann die Namen weiterhin zelebrieren. Genau, mit dem Auslockern und Klopfen auf die Schenkel. Mich verarschen mit dem Stuhl. Ein leeres Blatt wird jeden Tag gefüllt. Was auch in den Büchern. Mit wie viel Marmorkuchen kann man schon mittlerweile in verschiedener Art und Weise machen. Das ist schon lange nicht mehr, was weiße Schokolade oder schwarze oder braune Tasten und weiße Tasten. Es ist immer ein Mischmasch. Ein Sprechstrom, gell? Genau. Wir sind alle auch nicht rein weiß und rein schwarz und rein dunkel und die Farben richtig ordnen. Das ist ja jetzt auch rosa und blau. Wie langweilig, gell, meine Statsmen sind. Natürlich sind die Videos von der Madonna, ich bin also immer noch beeindruckt von Michael Jackson, wenn das wirklich meine Namen sind. Die tun immer so Durand, Durand, was halt war. Oder Wild Boys. Man muss nur die Playlisten durchgehen. Es ist 2 Minuten und 18. Schön zur Seite. Das Alter Heim lässt grüßen, gell? Wer wiederholen? Ich wiederhole nicht. Wer hat sich so gemeldet gehabt? Also, wir haben alle die Hausnummer 10 von der Königsfamilie. Ich finde, dass Uschi Gessler stellvertretend in den Sarg gehörte. Da gehört sie nämlich auch wirklich hin, damit ihr nicht seht, wie es weiter zelebriert worden ist. Oder war sie das beim Simply Wet? Also, eins hat das Telegymnastik auf jeden Fall mir gezeigt und Kino McVecker, ich danke ihnen wirklich immer jeden Tag auch. Gymnastik draußen ist das Gesündeste, was es gibt. Genau, da können sie dann sich die DVDs bestellen. Gell? Richtig, das war ein Cyberangriff. Zeichnung. Und gibt jetzt Handvoll für 3 Euro zum Kaufen. Lernen Sie das Fernsehprogramm am besten auswendig. Achso, die Hits, gell? Wunderbar. Es wäre 3 Waren des Bewerbungen. Wir sind wir nicht alle gaga. Hat mir irgendjemand was von denen gezahlt? Nein, ich lasse mich nicht hin und her fahren mit 9 Euro Ticket und in der Comedian, was auch drunter dran steht, verarschen. Ah, da kommt eine Scheibe davor, belegt, gell? Über Windows, das sind das Fenster, gell? Schlüssel. Was passt da für einen Arm rein? Was ist das für eine Sonne immer, die mitgeht? Und wo ist mein Storch? Und bringt mir wieder mein Baby zurück? Achso, wie halt ist er jetzt? Ich habe ja gleich eine Abtreibungssack gekriegt, neben meiner Geburt. Hey, Frau Egner heißt sie dazu haben. Und der Andreas Tosch kann ja jetzt Türkisch. Und dass man nicht vergisst, dass ich eine Ahnenforschung so gemacht habe, dass man die Musikforschung richtig sieht. Und was macht ihr da in den Bäumen drinnen? Achso, Mord und Totschlag. Ja, genau. Wie lange waren das? 9 Minuten beim Floyd? Ja, und die Börse ist ja gleichzeitig der Herzrhythmusschlag. Bei wem? Es läuft ja auch immer weiter in der Regel oder bleibt die mal stehen. Wer hört den Schwan von 4 Minuten und 33 an?